AstroTek Group ist ein renommierter internationaler EMS-Dienstleister mit über 35 Jahren Erfahrung in ODM und OEM-Projekten für Kunden in aller Welt. Wir verfügen über Fabriken in Dongguan in China sowie in Haiduang in Vietnam. Wir sind der Partner, auf den Sie sich verlassen können. Unser Team in der Wareneingangskontrolle prüft alle Werkstoffe, bevor sie an unserem Materiallager übergeben werden. Geprüften Materialien werden zur Nachverfolgung mit Charging-Informationen wie Teilennummern, Menge, Datumscodes und so weiter versehen. AstroTek Group ist ein anspruchsvoller EMS-Dienstleister mit modernsten Produktionsanlagen. Wir verfügen über automatische Lot-Pastendrucker. Hochgenaue SMD-Linien. Traditionelle Reflow- und Dampfphasen-Lötmaschinen. Automatische optische Inspektionen AUI auf den Linien. In-Circuit-Testers ICT. Hochgeschwindigkeits-Chip-Bond-Maschinen. Bestückungsautomaten. Selektiv-Lötanlagen. Und eine vollautomatische Beschichtungsanlage für konforme Coating. Dank unserer vertikalen, integrierten Anlagen und der Produktionsanlage gemäß Klasse 3 bieten wir unseren Kunden schlüsselfertige EMS-Lösungen. Für einen präzisen und kontrollierbaren Formbauprozess nutzt unsere Werkzeugbauabteilung unterschiedliche CNC-Technologien, wie Funken erodieren, EDM und Draht schneiden. Außerdem verfügen wir vor Ort über mehr als 300 Kunststoffspritzgussmaschinen und eine Kunststoffspritzgussanlage im Rheinraum. Die Spritzgussmaschinen sind mit Roboterarmen ausgestattet, die für gleichbleibende Qualität und effizienten Betrieb sorgen. Es gibt noch verschiedene Beschichtungs- und Druckverfahren, wie Sprühlackierung, Tampondruck, elektrostatische Lackierung, UV-Druck und eine Druckgussanlage, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen an mechanische Teile gerecht zu werden. Wir verfügen vor Ort über ein Labor mit unterschiedlicher Ausstattung zum Durchführen von Zuverlässigkeitstests und Fehleranalysen. In unserem Labor gibt es Röntgenmaschinen, Schleifmaschine, Klima- und Feuchtekammer, elektromagnetische Abschirmung, einen Raum zur Schallreduktion, Biegeprüfgeräte und Burn-in-Testvorrichtung. In unseren Fertigungsanlagen können Kunden zahlreiche Anwendungen von Automatisierung finden. Diese erstrecken sich über Komponenten, die Montage von WIP, Work in Progress oder fertige Produkte. Für uns bei AstroTec ist Automatisierung ein routiniertes Mittel, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und gleichbleibende Qualität unserer Produktionsprozesse zu garantieren. AstroTec hat in ein ERP-System, Workflow-System und Produktions-Echtzeits-Informationssystem investiert, um die Transparenz zu erreichen, die für den effizienten Betrieb unserer Fabrik erforderlich ist. Durch diese Investitionen verfügen wir in Echtzeit über Status-Updates und Betriebsdaten aus der Produktion, die dank Nachverfolgbarkeit von Komponenten, WIP und fertigen Produkten der Qualitätskontrolle dienen. Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Über die Jahre haben wir mit weltweit renommierten Kunden in verschiedenen Branchen zusammengearbeitet. Unsere unaufgeregte und unkomplizierte Arbeitsmentalität kommt bei der Zusammenarbeit auch unseren Kunden zugute. Wir bei AstroTec entwickeln stetig unsere Produktion mit Erweiterung unseres Produktportfolios weiter. Zum jetzigen Stand umfasst unser Produktportfolio Münz-Zählelektronik für Spiel- und Automatenbranche Lernspielgeräte Elektronische Bauteile von Klimaanlagen Medizingeräte und Systeme Gebäudebeschriftung und Außenwerbung Elektronische Steuerung für Sportgeräte Geräte des IoT Internet of Things Leiterplatten für verschiedene Anwendungen Über die Jahre wurde die AstroTec Group nach ISO 9001 ISO 14001 ISO 13485 ISO 45001 IATF 16949 und als Disneyland Authorized Manufacturer zertifiziert Wir erhalten unser grenzenloses Streben nach Verbesserung und werden gerne Ihr Partner um am Markt zu glänzen Deine Mike Körbliche Vielen Dank.